Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und Hallo zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten. Zu einem Tipps- und Tricks-Video möchte ich es nennen. Nur eine kleine kurze Ankündigung. Denn Weihnachten ist rum, Silvester ist rum und Timelines hat uns nicht wirklich so viele coole Sachen gegeben wie noch im letzten Jahr. Ich möchte euch aber trotzdem nahe legen, noch eure Ressourcen, die ihr vielleicht jetzt angesammelt habt, zu sparen und noch nicht auszugeben. Denn es kommt das 4-Jahres-Jubiläum von Timelines. Sie haben es zwar noch nicht angekündigt, aber sie haben beim letzten Jahr auch einen Sale gemacht. Und zusätzlich sind jetzt noch die Jännerfeiertage. Also kann durchaus sein, dass sie noch einen Nach-New-Years-Sale vielleicht raushauen mit vergünstigten Angeboten. So viel vorweg. Und dann schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz die Videos an, die ich dazu gemacht habe. Letztes Jahr, nämlich ganz praktisch, dass ich Timelines-Videos mache. Dadurch kann man dann nachverfolgen, wie es dann letztes Jahr war. Und das war die Folge 189, Weihnachtsstimmung zum Beispiel. Und wir sehen schon, da gab es Packs zu Weihnachten für Ähre. Für 4.000 Ähre, 10 extrem seltene Crewmitglieder und für 440 Ähre, seltene Crewmitglieder. Zu Weihnachten war eben diese Aktion leider nicht. Aber kann ja durchaus sein, dass das noch im neuen Jahr kommt oder dann eben zum Geburtstag von Timelines. Und zum Geburtstag von Timelines habe ich die Folge 193 gemacht, zu drei Jahre Timelines. Und da sehen wir schon die Mail. Sie haben da außerdem ein paar Features hinzugefügt. Also lässt uns hoffen, dass wir 2020 dann... Sie haben sich schon angekündigt, dass sie an ein paar tollen Features arbeiten. Und dass im nächsten Update wohl etwas passiert mit den Items. Weil ja mir ist es zum Beispiel so gegangen, dass ich Items verloren habe, weil ich über der Grenze war von 1000. Und da haben sie gesagt, das werden sie sich anschauen. Und da werden sie etwas machen dahingehend. Das haben sie schon offiziell angekündigt. Eines der nächsten Updates. Und ich könnte mir vorstellen, dass das 4-Jahres-Jubiläum ein guter Zeitpunkt dafür ist, das anzugehen. Also das zusätzlich. Und was eben bei dem 3-Jahres-Event war, dass es wieder mehr Crew Slots gab. Dann gab es eine Gratis-7 in Silber, also einen 5-Sterne-Charakter. Und zusätzlich noch so Illusive-Tresher-Packs. Und außerdem Crew Slots zählen, minus 50% auf diese Slots, wer sowas braucht. Und 5 mehr. Und dann schauen wir uns jetzt noch ganz kurz an, ob ich da irgendwo im Video das finde. Genau, da scrolle ich gerade durch. Da haben wir die Borg. Da habe ich mir, glaube ich, dann ein Borg-Pack gegönnt. Weil ich kann die Füße nicht stillhalten bei Borg-Packs. Und danach kam die Auswahl. Alles klar. Und da war dann die 7, die wir uns abgeholt haben. Die 7 in Silber. Die gab es gratis. Und ein Illusive-Treasure-Pack. Da muss ich noch weiter nach vorscrollen, damit wir das auch sehen. Vor dem Borg-Pack war das auf jeden Fall. Da war die 7, die man sich abholen musste im Shop. Das machen sie auch immer anders. Mal gibt es das als Mail, mal gibt es das im Shop zum Abholen, mal gibt es das für Ehre abzuholen. Das war zum Beispiel, wird es bald angezeigt. Da, das waren die flüchtigen Schätze, Illusive-Treasures. Da konnte man für extrem seltene oder legendäre Beholz für 6500 Delizium 10 Stück kaufen. Mal gucken, wer da reinkommt, weil es sind ja nicht alle drinnen. Es ist immer eine bestimmte Anzahl von Leuten drinnen. Müsste man sich dann durchgucken, ob es einen Wert ist, dass man dann dafür 6500 ausgibt für nur Lilane oder Legendäre. Aber ich wollte euch die Info recht früh bringen, denn, wie gesagt, der Dings kommt näher. Der 4-Jahres-Geburtstag um den 15.01. also herum. Das heißt, ich werde jetzt einfach noch so lange sparen. Ihr seht es ja, ich habe da jetzt durchaus einiges. Ich habe einiges an Verdiensten, die ich ja normalerweise ganz gerne reinputte in die Marit Rewards. Und ich habe einiges an Ehre, was ich gerne verwende für Erwähnungen oder für Beholds. Und da halte ich im Moment alles zurück, weil ich halt hoffe, dass sie doch noch irgendwas jetzt bringen innerhalb der nächsten 2 Wochen. Irgendeinen coolen Sale, wo man dann eins von denen verwenden kann. Ich habe sogar noch Premium-Zeitportale, die ich noch nicht aufgemacht habe, weil ich noch hoffe, dass sie die kürzlich hinzugefügten Crew-Leute mit reinpacken. Das heißt, ich hole mir die jetzt absichtlich noch nicht ab, diese 20, und hoffe, dass sie relativ bald eine Mail raushauen, wo sie dann sagen, so, jetzt haben sie alle 9 Leute implementiert, weil, ich kann euch das ja mal ganz kurz zeigen, wenn ich mir meine Crew anschaue, in der Stasis-Kammer, und ich gehe auf Seltenheit und ich scroll runter zu allen 4-Sterne-Leuten, dann sehen wir hier, es fehlen mir noch 8 Leute, und alle 8 sind, oder 9 Leute aktuell, weil sie die Crusher mit reingebracht haben gerade, und alle 9 Leute gibt es nicht aktuell im Z-Portal. Wiener, RAND, Bukbukai, Nox, Solvor, Seven, Empört, bin ich auch, Riker, Crusher und Flotter, all die 9 gibt es noch nicht im Z-Portal zu holen, und ich denke mal, ich warte einfach jetzt mal, bis die Mail kommt, dass diese 9 verfügbar sind, und dann mache ich die Portale auf. Weil ich glaube nicht, dass sich das Droptop eben merkt, wann ich die Portale gekauft habe, und sagt dann, ja, zu der Zeit waren die Leute aber noch nicht drinnen. Hoffe ich zumindest mal nicht. Und ich hoffe auch nicht, dass ich gleich wieder über das Item-Limit schieße, und die verliere, die ich da jetzt im Inventar habe. Das wäre ja wirklich sehr bitter, aber hoffe ich jetzt mal nicht. Einfach mal die Füße stillhalten, ich werde es versuchen, und das Licht aufmachen. Und für alle, die zugeschlagen haben, zum Beispiel in den Sales, wir können uns das mal anschauen, ich habe da ein paar Screenshots gemacht von den Sales, die es so täglich gab, und da waren ja doch ein paar dabei. Ich habe zum Beispiel bei dem zugeschlagen, wo es 4.500 Dilithium gab, und Packs um 28 Euro, und dann gab es ja doch das eine oder andere zusätzliche Paket, hier waren 2.250 Dilithium, da gab es mal 3.000 Dilithium, 1.500, habe, glaube ich, bei 2 zugeschlagen an zwei Tagen. Das habe ich mir nicht gegönnt, zum Beispiel. Und vielleicht habt ihr euch auch welche gegönnt, habt ihr gesagt, ihr leistet euch ein bisschen was, und werdet jetzt dann vielleicht noch ein bisschen Dilithium rumliegen haben, ein bisschen Ehre, ein bisschen Verdienste, und dann würde ich euch einfach nahelegen, wartet jetzt noch, so bis zum 15. 20. Jänner herum, und danach gebt es uns erst raus. Ja, das soll es gewesen sein, zu einem kleinen Tipp, und dann bin ich da hin, sage euch, danke fürs Zuschauen, und bis zum nächsten Mal. Ciao!